Hey du, ich sagte zu jedem Nolli, wo warst du letztes Jahr eigentlich in Urlaub? Ich sagte, ich war mit meiner Frau in Thüringen. Ich sagte, und wie hat es dir gefallen? Na, sagte so und so, meine Frau ist zweimal vergewaltigt worden, ich habe zweimal richtig in die Fresse gekriegt. Ich sagte, wo bist du denn dieses Jahr hin? Ich sagte, ich weiß noch nicht, meine Frau will wieder nach Thüringen. Es ist ja knapp. Ich sagte, ich weiß noch nicht, meine Frau will wieder nach Thüringen.